Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir lesen heute weiter in diesem Abschnitt in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Ich will das nochmal wiederholen, Vers 4 oder ab Vers 4. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach sie uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen, ein Almosen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Nun in dem Moment war der Lahme sicherlich sehr enttäuscht. Sieh uns an, ach, haben nichts, was wollt ihr überhaupt? Aber was ich habe, jetzt kommt neue Hoffnung, das wollen wir dir geben. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in dem Tempel auf, ging umher, sprang und lobte Gott bis dahin. Wir haben uns gestern angeschaut, dass sie den Lahmen vor den Tempel gebracht haben, um da entsprechend Almosen, dass er da betteln konnte. Und dass es auch wichtig ist, dass es auch ein Teil unseres Auftrages ist, dass wir auch sozial unterwegs sind. Aber gleichzeitig ist die andere Seite der Medaille, was hier deutlich wird, Petrus und Johannes machen deutlich, Gold und Silber haben wir nicht. Und ich meine nicht, dass sie das nur symbolisch so sagen, sondern ich glaube, sie hatten in dem Moment tatsächlich nichts oder nichts dabei, wie auch immer. Aber das ist auch eine Begrenzung, die wir haben. Gemeinde ist ja dazu berufen, dass wir auch sozial unterwegs sind und uns da engagieren. Aber wir werden immer Mangel haben. Es wird nie genug sein. Jesus sagt einmal, ihr werdet immer Arme haben. Diese Welt ist kaputt, ist zerstört und wir sehen das auch global, wie schräg die Verteilung ist in so vielen Dingen. Nun könnte man meinen, ja, da müssen wir alles ändern und besser machen. Aber die Bibel zeigt uns, dass das gar nicht unser Auftrag ist, weil der Mensch versucht das schon jeher. Aber er ist gefallen, er ist in Sünde und der Fürst dieser Welt wird alles tun, damit diese Ungerechtigkeit hier bleibt. So, das werden wir nicht ändern. Gold und Silber haben wir nicht. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. Wir werden immer auch Mangel haben. Wir werden nicht jeder Not begegnen und helfen können. Das soll aber wiederum nicht heißen, ja, dann brauchen wir auch gar nicht damit anfangen, was die Bibel uns hier zeigt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass es nicht nur darum geht, irgendwie, ja, den Menschen zu helfen und sozial unterwegs zu sein, sondern es gibt etwas Größeres und Wichtigeres als das. Nämlich das ewige Leben, die Rettung, die Kraft und Herrlichkeit und das Wirken Gottes in den Menschen. Und so spricht Petrus und spricht Johannes das an und sagt, wir haben das nicht, aber was wir haben, das wollen wir dir geben. Sie haben etwas, nämlich sie haben ein neues Leben, sie haben die Wiedergeburt erlebt, sie sind Kinder Gottes. Er wohnt in ihnen, der Heilige Geist ist in ihnen, da ist etwas. Und das ist viel mehr als Gold und Silber. So, ja, es ist gut, wenn wir Menschen helfen und auch spenden und Menschen Speise geben und Kleidung und all das ist wichtig. Aber das wird den Menschen nur bedingt helfen. Für den Moment ist es gut, aber es gibt etwas Größeres und Wichtigeres, etwas Zentraleres, weil Jesus sagt, was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber dein ewiges Leben verlierst. Und so sprechen sie ihn an und sagen, was wir haben, das wollen wir dir geben. Zuallererst wird das, was sie hier haben, sichtbar, indem er aufsteht. Sie nehmen ihn bei der Hand, in Jesu Namen. Das machen sie ganz deutlich, es ist nicht ihre Kraft, es ist nicht ihre besondere Stellung. Nein, es ist in dem Namen Jesu, an dem sie glauben und er in ihnen lebt. Steh auf und sie nehmen ihn an der Hand und dann kann er umhergehen. Er springt sogar, sagt die Bibel, er läuft mit ihnen umher. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir dazu auch berufen sind. Das eine ist das praktische Helfen, das andere ist, dass wir davon reden und verkündigen. Und das dritte ist, dass wir im Glauben es ergreifen. Jesus sagt, verkündigt das Evangelium in ganzer Welt, aber er sagt eben auch, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Das ist auch ein Teil unseres Dienstes und der Gemeinde. Und ich glaube, auch das ist ein Bereich, den wir neu erobern dürfen. Nicht, dass wir dafür etwas leisten sollen und müssen und es irgendwie in einer besonderen Heiligkeit ergreifen. Nein, ich glaube, es geht darum, wirklich zu erkennen und sich danach auszustrecken. Gott, wirke du in Zeichen und Wunder, so wie es die Gemeinde der Apostelgeschichte betet, damit das Evangelium, damit du verherrlicht wirst, auf das Menschen gerettet werden, aufmerksam werden auf dich. Und das wirke und dann im Glauben auch uns leiten und führen lassen und im Glauben auch aussprechen lassen, denn das war ja riskant. Es war ein Glaubensschritt. Sie sagen, sei gesund und dann nehmen sie an der Hand. Ja, da denken die meisten, ja, aber was ist, wenn er doch nicht gehen kann? Ja, das ist, was wichtig ist, dass wir wissen, am Ende ist unser Vertrauen und unser Glauben auf Gott gerichtet. Und da müssen wir auch nicht so tun, als ob. Nein, im Glauben, wenn ein Wunder geschieht, dann ist es ein Wunder. Und dann darf es auch bestätigt sein, dann darf ein Arzt das auch bestätigen. Ich möchte uns einladen und ermutigen, dass wir auch als Kinder Gottes, als Gemeinden uns danach ausstrecken, dass genau das geschieht, dass wir uns bewusst machen, was haben wir denn? Ja, wir haben nicht immer Gold und Silber und alle Ressourcen, um die Nöte der Welt und der Nachbarschaft zu begegnen. Aber wir haben etwas noch Größeres, etwas noch Herrlicheres, nämlich wir haben das ewige Leben und wir dürfen es verkündigen und wir dürfen auch die Auswirkungen dieses Sieges und des ewigen Lebens proklamieren und im Glauben ergreifen, dass Gott Menschen rettet, verändert, heilt, befreit, wiederherstellt und letztendlich Rettung bringt in die Leben hinein. Und dieser Mann hier erlebte die Kraft Gottes, er war gesund, aber es bringt ihn nicht nur dazu zu jubeln und dann wegzugehen zu seinem Bekannten und Verwandten, nein, die Bibel zeigt hier einen Schwerpunkt, nämlich, er hat nicht alles verstanden, das sehen wir dann, wenn wir weiterlesen, aber ein Punkt, Gott hat ein Wunder getan in meinem Leben und das ist das Entscheidende, Gott soll die Ehre bekommen, um ihn geht es. So seid gesegnet und morgen sehen wir uns wieder.